herzlich willkommen beim einpark simulator oder beim rastplatz simulator 2022 ich glaube wir sind wieder an einem rastplatz angekommen wo wir nicht pennen können entweder weil der rastplatz wieder kacke ist oder einfach wohl unser auflieger zu lang ist so die frage ist so packen und wenn wir hier die 3 guck mal wie viel übersteht wobei wir noch ein bisschen vorziehen vielleicht reicht das schon aus keine chance okay das heißt wir müssen wieder gucken können wir da vorne die sind gleich ein paar taschen und warte mal kurz wir gucken mal so jetzt wird es spaßig mit dem auflieger rückwärts fahren ist etwas was man definitiv nicht macht wobei noch ein relatives glück der bleibt relativ gerade also ich meine da vorne natürlich nicht gerade aber wichtig ist vor allen dingen hier hinten das ding dass der nicht rumzieht und sobald der rumzieht kommt mit dem weiter weiter rückwärts fahrern vergessen war siehst du schon viel sind rum aber egal für uns reicht das aus passt doch geil sollte versuchen wir mal da vorne links bei dem rastplatz opfer abhängen können so wie sieht es da aus was sind auch so komischen parktaschen das wird doch auch nix kannst du mir nicht erzählen dass das was wird warte mal hier kann man sie wissen mal gucken wir jetzt weiter fahren das spiel hasst uns so das war es weiter geht nicht sollte aber reichen gut ich glaube wir haben keines problem ja ja ich bin vor allen dingen müde vor dem spiel so da hinten die dinger haben wir auch schon alle probiert das problem ist halt mit hier quer aufstellen geht leider auch nicht wenn man einfach sagt okay aber hier zum beispiel was wir einfach uns jetzt hier so aufstellen und einfach sagen ja hier ist das hier komplett drauf machte leider auch nicht das heißt wir müssen wirklich irgendwie in einer spur stehen und was wir noch probieren könnten ist da ganz kurz hast du hier erstmal schnell rum gucken muss ob du einen geeigneten schlafplatz finden so zum einen hier wenn wir sie einmal komplett drin stehen so habe ich jetzt komplett im parkbereich und können wir trotzdem nicht parken wird nichts kannst du original vergessen was man auch noch probieren kann das da hinten einmal hier so aber wie du siehst keine chance er lässt uns so nicht parken und auf normalen weg passen wir halt nirgends wo rein das heißt auf deutsch we are fucked halt ich würde rückwärts fahren rückwärts noch ein stück noch ein stück und jetzt let's go hoffentlich kommen wir dann mit einem auflieger vorbei sieht man nicht ich versuche jetzt mal in aller verzweiflung in die andere auf der anderen seite von autobahn zu fahren mal gucken ob wir da vielleicht parken können so alle erstes mal als erstes mal hier kann auch noch weil wir sagen dass wir japan pennen können wobei die die tankstelle hinten ist halt so klein ich bekomme dass wir da parken können auf einmal schnauze dieses parksystem ist echt nicht so geil okay da hinten sieht interessant aus ah ja hier ist ein großer parkbereich das ist schon wieder aber wo habe ich denn die 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 pisswahrscheinlichkeit eingestellt so rüstet ihr gar nicht mehr also für amerika pisst du jetzt echt ein bisschen oft egal aber wir haben geschafft so ich fahre hier gleich mal raus hier das passt das? ja, nikolaus so haben wir es echt noch geschafft eigentlich habe ich da direkt aufgegeben und direkt hier versucht aber ich glaube da hinten bei den parktaschen, die da sind ich glaube wir hätten es nie geschafft ich habe bereits alle knips und tricks versucht nö, meine monstricht eingestellt ich habe gerade erst hier an dem fähigen vorbeigezogen hat er wunderbar geklappt hat er nach rechts gezogen, nach links gezogen weil ich ja dem fähigen nicht ausweichen wollte aber den jetzt wieder nach rechts ziehen hat er irgendwie nicht genommen ach so, das liegt jetzt gerade am regen dass er einfach weggerutscht ist das kann doch nicht auch sein na scheiß jemand dann voll gegen ihr heimat wie viel schaden acht prozent haben wir eine werkstatt in der nähe da hinten haben wir eine werkstatt aber die sind schon abseits kackt jemand dann egal was haben wir überhaupt A4, A7 klar natürlich geht das fahrwerk davon kaputt aber guck mal die acht prozent sind eigentlich die räder selber egal was wird egal was wird let's go mal gucken wann wir an der nächsten werkstatt vorbeikommen die Stock hat es mir wieder unangenehm die Stock hat es mir wieder unangenehm die Stock hat es mir wieder unangenehm so, Autobahn frei sehr gut so freie Bahn mit Matipa wir haben noch knapp 400 Meilen vor uns die schaffen wir auch mit dem kaputten LKW no problem Problem ist bei den Regen können wir jetzt nicht mehr so rasen weil das wird definitiv unangenehm oh was hab ich gesagt? nicht rasen warum rennen sie denn hier vor allem? achso, weil es jetzt zusammen geht oh oh, ich glaub das sind scheiße, die waren dann Hilfe Mami what the fuck just happened aber die sind immer für eine Spur rauf Jungs, kommt schon die Autobahn, ich hab Vorfahrt was mit dir los? wie sieht sich die totale beknackt ich hab noch alle zuviel gesoffen ne 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 da muss man hier in Ami Land wirklich die Leute von der Auffahrt vorlaufen Kann doch nicht sein meine bluetooth verbindung knackt und knackert schon da hier ist bei mir der ton wieder super asynchron aber geht noch blinker klingt ja doch kriegt noch einmal synchron witzig dass ich habe ich jetzt gelöst ja und ich wollte trotzdem nicht runter irgendwie egal wo man egal was für eine schräge man steht man braucht eigentlich im spiel keine handbremse weil der ecke wie fängt er nicht an zu rollen keine gut ist es noch ein gang eingelegt ja aber wird sagt man überhaupt der handbremse kann man einfach mal an gang eingelegt lassen wollen nur von der gang eingelegt ist also ja nicht dass die kupplung auch genießt hat ist aber ich meine wenn jetzt der mutter noch verbunden wäre dann würden wir jetzt erfahren weil wie man sieht der motor hat immer noch drehzahl das heißt wenn der mutter verbunden wäre dann würden wir jetzt auch fahren das heißt der motor ist an sich von den 80 koppelt entkoppelt also wissen wir bieten berge auch runter rollen wenn die handbremse nicht anliegt also ein bisschen komisch oder ich verstehe kraft nicht richtig wer weiß wobei kann kann das sein dass es die teil von diesem realistischen luftdrucksystem ist weil als ich privat gespielt habe und da die handbremse nicht dran hatte hat auch angefangen zu rollen aber kurz so hier geht das kraftwerk ab hier geht das kraftwerk ab hat auch der bremse drinnen wenn ich das löse fange ich aber nicht an zu rollen das müssen wir jetzt mal äh das war hier okay das heißt das liegt doch an dieser manuellen schaltung wobei es kann ich auch nicht sein warte mal kurz gameplay ah nee das ist ein controller das interessiert mich jetzt echt ne halt da äh sequenziell so ich habe jetzt keine handbremse drinnen und auch keinen gang drinnen und trotzdem rolle ich nicht ob uns hier offensichtlich bergab geht also mehr bergab geht es doch gar nicht jetzt rolle ich naja jetzt fange ich an zu rollen jetzt habe ich den gang drinnen und ich rolle trotzdem noch ich habe keine ahnung was ich besorgen möchte so der nimmt jetzt mal wieder alles raus hier so einfach automatik und ich rolle immer noch gameplay also was ist das richtige habe ich gerade noch so aus dem außenaum wickel geguckt und ich rolle immer noch rolle ich nicht mehr ich habe keine ahnung was ich finde ich möchte der respekt so ich glaube ich würde sehr gerne mal wieder noch mal wieder fühlen nie so ein bisschen auszuschwenken da ist mir aufgefallen dass aber die schburg hier so eine abzweigung geht ich muss auch wieder auf die spur auf aber danke weil da bereits im autos steht und muss irgendwie an dem autos vorbei so viel sagt gleichzeitig mein leben Es lief an mir vorbei oh, ich hab geen bock mehrRR alda it is too much oder schöner Auflieger na ja 100% immer noch geht ja aber wir haben jetzt 8% ich will mein Leben zurück ich will es direkt auf Hatsoma Sehr schön, Nico. Ja, das ist gut. Keep left. And then turn left. Turn left. Heads left yet? Oh well. Hätte er vielleicht doch geschafft. Ah ja. Vor allem dieser Poller hier. Der da. Der geht mir ja schon auf den Sack. Da werden wir uns doch gerade hier dran aufhängen. Also lieber wieder ganz weit hier ausweichen. So. 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 Untertitelung. BR 2018 Was? Scheiß Kreditrahmen hier. Gut, meine Kopfhörer haben sich gerade abgeschalten. Kann also sein, dass OBS auch gleich das Audio verliert. Wenn ja, muss ich mal kurz die Aufnahme abbrechen. Ich mache nämlich gar nichts mehr. Wenn ich meine Kopfhörer neu verbinde, bricht bei OBS sowieso alles ab. Also, äh... Ah ne, Lautsprecher sitzt noch, die Kopfhörer sind noch an. Hm, der hat Respekt. Ich habe ein Auge draufhalten, wie lange bei OBS noch fast läuft. Wie gesagt, bei der Kopfhörer höre ich gerade gar nichts mehr. Ah, mir war mal abgeschalten, Alter. Ist so ruhig auf einmal. Diese Stille. La 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 la. Oh, jetzt habe ich wieder was. Okay, jetzt sehe ich noch einmal so synchron. Hä? Was war denn das gerade? Gut, da muss ich mir nochmal nachher... Oha, da muss ich mir nochmal in der Aufnahme mal anhören, ob da irgendwas zu hören ist. Aber laut OBS, lieber OBS, sieht Audio einfach ganz normal weiter. Ah, bei meinen Kopfhörern war ich gerade komplett totenstille. Und jetzt gerade ging es wieder weiter und da war aber auch erstmal so ein Grisseln zu hören. So like, what the fuck? Aber ich meine, wenn es das Plutur gewesen wäre, was sich gerade abgemeldet hat, dann hätte ja auch eigentlich der Rechner die Verbindung zu den Kopfhörern trennen müssen. Und erstens kam diese Meldung aber nicht. Und zweitens, wenn mein Rechner die Verbindung zu den Bluetooth-Kopfhörern trennt, dann heißt es ja, dass sich die Audio-Ausgabe ändert und damit spackt dann wieder OBS komplett rum und nimmt dann gar nichts mehr auf. Oder nehmt dann eine Audiospur doppelt auf oder sowas. Also wenn ihr jetzt gerade meine Stimme doppelt hört, wisst ihr warum. Aber laut OBS sieht alles richtig aus. Die zuckern jetzt schon wieder rum, wie nix. Wollen wir alle wieder klicken. Könnte überholen, hoffentlich kommt kein Gegenverkehr. Ah, sieht gut aus. Ei, ei, ei. Adi würde ich hoffentlich einfach abbrechen an der Stelle, aber er wäre ja schon kurze Folge. Gut, fünf Minuten früher. Ganz ehrlich, sicher ist sicher. Mal gucken. Dann parken wir hier richtig schön ran. Und würde ich mal sagen, machen wir mal für die Folge Feierabend. Mal gucken, was da los war. Gut. Gut. Ja. Ah ne, also. Laut der OBS Anzeige funktioniert alles weiterhin gut. Naja. Sicherheitshalber. Bis dann.